Hallo, hier ist Carsten von mobilegeeks.de und wir stehen hier bei Dell. Die Pressekonferenz ist gerade zu Ende gegangen und wir haben hier unter anderem präsentiert das XPS 12 Duo. Ist ein Ultrabook Convertible. Wir können es per Flipscreen, können wir es heraus in ein Tablet verwandeln, wie ihr sehen könnt. Hat ein 12,5 Zoll großes Display. Der Prozessor ist bis Core i7 an. Wir warten mal bis es vorbei gefahren kommt, dann kann ich euch zeigen was da unten. Wir haben hier einmal ein Lockscreen, Kopfhöreranschluss, Power und die Lautstärkeregelung. Davor den Lautsprecher. Warten bis es weiterfährt. Da ist der andere Lautsprecher. Haben dann die USB-Port, HDMI. Auf der Rückseite könnt ihr sehen, das ist Carbon. Der Rahmen des Flipscreens ist aus Aluminium. Verfügbar wird es wohl sein, wenn wir Windows 8 zu sehen bekommen. Preise werden wir im Laufe des Tages wahrscheinlich erfahren und reichen sie euch natürlich nach. Ich bin Carsten für MoraGeeks.de.